Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dimensional Dive. Let's Play und ja, wir sind auf dem Heimweg und haben sehr viele Quits. Wir könnten noch mehr Quits nehmen. Nein, das lassen wir jetzt. Wir haben mehr als genug Tintenbeutel. Und das ist super, 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 super. So, heute machen wir ein bisschen Mistcraft. Und dieses Schwein muss sterben, das hat einen schönen Hut. Okay, nicht ganz so schönen Hut, aber ein Hut, der chillig ist. So, Baumwolle, Textilgarten. Ja, dann nehmen wir an das mal. Jetzt sind wir hier wieder im Birkenbiom. Dann ist es nicht mehr weit hoffentlich. Ja, da ist schon der Magic Forest sehr schön. Wir haben es wieder gefunden. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ähm, Haus. Ich mache das jetzt da, damit es nicht nervt. Ja, nervt halt immer, aber ich kann es ja auch ausstellen, wenn es allzu stark nervt. So, Zucker möchte ich mitnehmen. Doch, Zucker möchte ich mitnehmen. Weizen. Das Fleisch möchte ich braten. Oder nein, das brauche ich hier nicht zu braten. So, Zucker kommt hier rein. Fleisch hier rein. Das kommt hier rein. Ink. Bücher. Amor. Kalk kommt hier rein. Okay. Und Clay. Leder. Das kommt hier rein. Und Lexikaportanja. Oder? Ja. So. Leder kommt hier rein, sehr schön. So, als erstes möchte ich, ähm, was habe ich da gewollt? Als erstes wollte ich doch, ja, nehmen wir mal das Ding, das Leder und die Federn raus. Da haben wir noch mehr Federn. Das Leder ist da. Ja, so, ich muss wissen, was man da erstellen kann. Okay, eine Puppe, ein Clipboard, von welchem Mod ist das? Bibliocraft. Hm, ja, da müssen wir uns... Durchwühlen, durchkämpfen. Was ist denn ein Beam? Hm. Also, in Qual ist Mistcrift. Tja, es ist halt schwer. Ja, wieso ist das leichter zu Dingern als das? Ah, nein, das ist gleich, okay. Stimmt. Ja, jetzt muss ich schauen. Also, den Desk ging, der Desk, jetzt habe ich nur den Towncraft-Desk, also der Tisch, Saubertisch im Sinn. So, so, so und so. 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 Hm. Da möchte ich da mal noch mal suchen. Was, Schuhe? Magic Boots. Da brauchen wir Black Rune dafür. Oh, das ist ein Flügel. Flügel-Tiara. Da ist es, oder? Writing Disc. Ah, ein Glasbottel. Okay. Habe ich schon fast richtig gehabt, aber nicht ganz. Nein, so. Gut. Da, da und so. Oder so. So ist es, genau. Ähm, jetzt brauchen wir aber noch einen anderen. Kann da nicht irgendwie Mistcrift. Mistcrift, ähm. Mist. Mistcrift, einen Ink-Mixer, brauche ich denn? Ich weiß jetzt nicht, ne, glaube ich nicht. Ein Bug-Binder, brauchen wir noch. Eisen. Okay. Eisen, Eisen. Dreimal Eisen. So. Dann möchte ich noch, ähm. Das habe ich jetzt sortiert, ich mag das nicht. Blödes Auto sortieren. Ja, das kann man so nicht herstellen. Nein, das brauche ich nicht. Die zwei brauche ich auch nicht. Ich brauche Link-Modifel. Das kann ich aber auch nicht herstellen, so. Ja, dann tue ich die zwei mal hier irgendwo hin. Benutzen wir hier diese Gegend. Ich muss aber hier noch ein bisschen Messer ausleuchten, sonst spawnen Monster. Die mögen mich nicht, die Monster. Die finden mich richtig böse. So. Da muss ich Leder reintun. Oder muss ich hier Bücher reintun. Da muss ich Leder, nein. Da muss ich Ink-Sick reintun. Da muss ich Bücher, äh, den Papier reintun. Ähm. Ja, wir haben keine Bücher. Wir müssen mal ein paar herstellen. So. Ja, und dann pflanze ich hier unten an. Dann können wir uns am besten mal hier um den Wald. Das muss auch gemacht werden. Dann haben die auch schön viel Sonne. Ich mag diese Büsche nicht von Botanien. Ist ja gut gemeint, der Mord, aber der nervt ein bisschen auch. Aber ich lasse ihn drin natürlich. Erst wenn Mods richtig auf den Geist gehen, dann sollten sie rausgehen. Ich will ja das Mod-Pack auch nicht alles modifizieren. Ich habe jetzt ein paar rausgenommen, weil sie eben gefährlich sind für die Mobs. Im Allgemeinen. Und mehr brauche ich auch nicht. Mistkräft noch reingetan. Fastkräft, damit es nicht leckt. Sonst habt ihr eine Leckmaschine. So, das ist der letzte Baum für einen Moment. Ich habe nicht gerne langweilige Parts. Bei mir bekommt ihr immer interessante Parts rüber. Oh, wie groß ist der Baum hier. Schrecklich. So. Gut. Die Axt war halt kaputt. Gut. Ähm. Ja, es sind halt noch die zwei Bäume hier. Und der Baum können wir gleich mal kurz kaputt kloppen. So, sehr schön. Und es wird Nacht. Schnell, schnell, schnell. Oh. Oh. Hopp. Yay. So. Wir haben, ähm. Ah Mann, wieso muss ich jetzt hier da alles sortieren? Das ist so blöde. So, der. Die können wir auch wieder reintun. Ähm. Ich muss, Options, Controls, wo ist der R? Okay, Open-Menü ist das falsche R. Wie viel R gibt es da? Da auf Grave. Ja, die lasse ich mal noch auf R. Ich weiß jetzt nicht, weil es ein Multitasten. Ne, der Mod will natürlich R haben, weil R relativ gut erreichbar ist. So. Wir machen weiter hier. Also, dann muss man hier Läde reintun und hier Papier. Ah, hier Papier. So. Klar. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man die jetzt beschriften kann. Tintensäckchen. Genau, Tinten. Ähm. Tinte. Die muss ich mit Wasser füllen. So. Sehr schön. Da mal ein bisschen vorwärts machen mit dem Anpflanzen. Ach komm, die Bedienung ist so scheiße. So. Ah, schaut mal, die wachsten sogar jetzt. Sehr gut. Dann bekommen wir sehr viel EXP. Ähm. So. Dann so. Dann so. Yeah. Engqual. Engqual. Was? Und wir brauchen so viel Glas auch. Mist. Geht nicht. Ja, toll. Wenn das auch nicht geht. Was muss ich dann hier reintun? Es wird nie beschrieben. Die sollen auch ein Buch machen. Dann machen wir das mal weg. Schauen wir mal hier. Ja, das bringt uns auch noch nichts. Oder müssen wir die noch modifizieren. Ich glaube, da kann man da irgendwas draus machen. Ähm. Geht da nicht noch eine Feder rein? Da muss man doch irgendwas mit Feder machen. Nö. Ich kenne es nicht mehr. Ich habe so lange nicht mehr Missgriff gemacht. Wie macht man denn ein Buch? Da steht leider auch nirgends. Wie man ein Buch macht. Ja. Kein Weizenkorn. Hm. Weizenkorn. Ach da, alles war's. Okay. So bist du nicht reingegangen. So. Was möchte ich noch anpflanzen? Ah ja. Nur ernten. Weil ja anpflanzen nicht mehr geht. Weil wir keine Weizenfeld mehr haben. Oh, Leck. Das war ein Ladeleck. Irgendwie ein Mod. Hat Probleme mit dem Laden. Ja, manche Mods sind recht ressourcenfressend für Java. Weil Java ist so ein Billigprogramm. Ich möchte gerne die zwei Hölzer hier zu einer Kiste verarbeiten. Ja, okay. Eine Kiste hier. Der Rest kann wieder rück. Ich möchte nämlich hier die Sachen, die ich hier brauche, reintun. Und noch ein Crafting Table nebendran. So. So, ein Buch. Wie macht man jetzt ein Buch? Buch, 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 Buch. Das geht nicht. Man kann es nicht nachschauen. Ja, da muss ich nochmals nachschauen. Ich muss denken. Tja. Writing Disc. Den haben wir noch nicht. Ja, Writing Disc in den Ofen. Genau. Naja. Wie geht ein Writing Desk? Wie geht ein Writing Desk? Das ist doch Writing Desk. Aha. Schon gedacht. Ähm. Ich muss irgendwo die Patterns... Mal einen rausnehmen. Dann einen hier reintun. Genau. Dann machen wir hier mal, ähm... Das Ink rein. Da, genau. Und jetzt noch eine Feder, glaube ich. Muss ich nicht eine Feder noch haben zum Schreiben. Tja. Leder, glaube ich. Leder. Leder haben wir hier oben wieder reingetan. Wo haben wir das Leder? Ist das nicht hier drin? Ja. Ja. Leder geht auch nicht. Feder geht nicht. Was kommt oben links hin? Tja. Tja. Ink second. Nö, sehe ich hier nicht, oder? Jetzt holen wir können nicht weitermachen. Hm. Mach mal's denken, komm. Hier mal. Bla. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, das Buch müsste hier oben sein. Das Buch können wir nicht machen. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Da schaue ich bis dann. Oder ich werde kurz den Part unterbrechen. Bis gleich. Ja, es ist relativ einfach. Das geht nicht mehr. Also, alles ist neu. Ähm. Wir müssen hier nochmal so eine... Muss hier nicht Leder rein. Hä? Es ist alles an. Das ist alles neu. Ja. Es ist alles neu. Okay. Ähm. Dann bringt es es gar nicht mehr. Ein Buch. Nein. Ah, haben wir so Probleme. Ja, da gehen wir mal Diamanten suchen. Machen das nächstes Mal weiter. Irgendwie ist es alles veraltet. Es ist alles neu gemacht worden. Ich habe also... Keine... Ja, ich... Ich kann es irgendwie nicht machen. Es ist alles komplett neu. Nun gut. Wir sind ja hier in die Höhle reingegangen. Und haben hier... Ach, sieh, hier sind so noch so viele Monster. So. Hier haben wir doch den Eingang. Genau. Genau. Wie viel kommen hier noch? Wahnsinn! Ein Skates spawnt tausende nach. Wahnsinn. So. Also. Der Rest dieser Folge machen wir noch ein bisschen ähm... Meaning. Ob ich jetzt hier nicht alles nur Eisen formen. So. Blutopas Orr. 10 brauchen wir nicht. Ja, genau. Explodieren noch schneller. Und weiter weg. So. Wir müssen tiefer. Das ist 10. Nehmen wir noch ein bisschen 10 mit. So. Wir haben hier Ebene 25. Da müssen wir noch tiefer. Das ist Vineum Orr. Das brauchen wir nicht. Gehen wir wieder auf 12. So. Dann machen wir in der nächsten Folge ein Age, wo wir meinen, wenn es nicht gerade ein Fail Age ist. Und ähm... Also Map. Tja. Ja. Wir Redstone haben wir auch noch nie gefunden, glaube ich. Im Mob Pack. Die sind einfach zu hoch. Also... Die kommen nicht tiefer, wenn die Wege nie tiefer gehen. Oder sonst irgendwelche Probleme. So. Da tun wir jetzt meinen. Ähm... Haben wir noch eine Spitzhacke? Gut. Wieso leckt es hier ein bisschen? Oh nein. Das ist... Scheinbar kein Leck gewesen. Vor allem nicht bei... Frebs... Frebs... Ähm... FPS Anzeige. Das fühlte sich nur so komisch an. So. Ah, es ist Auto Equip. Gut. Also das muss ich jetzt gerade nicht abbauen. Himmelit nehme ich mal mit. Das haben wir nämlich noch nicht abgebaut. So, wir brauchen eine stärkere Spitzhacke. Geht ein bisschen lange. Bis wir Diamanten finden. Geht einige Zeit. Hier haben wir noch Eisen. Ah, schauen wir mal an. Ein kleiner Teich. In unserer Mine. Ich frage mich, von welchem Mod der ist. Dann wüsste ich es auch. Was man mal damit machen könnte. Hm. Mods sind einfach ein Rätsel bei Minecraft. Es wird nichts geschrieben. Vielleicht in einem Wikipedia, das extrem schwer zu bedienen ist. Aber bei Misskräften zum Beispiel ist alles veraltet. Und die machen es nicht. In Wikipedia. Ist alles veraltet. Früher konnte man die Bücher einfach so machen, herstellen. Jetzt kann man die nicht mehr so herstellen. Es wird einfach alles komplizierter. Und... Tja. Das ist auch problematisch. Aber... Nun gut. So, da vorne hätten wir wieder eine Höhle. Aber das geht noch einige Zeit. Uns gehen die Focken aus. Aber... Gut. Wir brauchen Dias. Dias. Oder etwas besseres. Ah ja. Tankless Construct möchte ich noch machen. Aber da kenne ich den Staat eigentlich fast gar nicht. Da müssen wir ein Dorf finden. Mit Schmiede. Ich glaube das Dorf... Die zwei Dörfer, die wir gefunden haben, haben keine Schmiede. Aha. Die brauche ich da nicht. Ja, wir sollten vielleicht noch ein bisschen Kohle abbauen. Das nächste Kohle nehme ich natürlich mit. Nur noch 100 Benutzungen. Das ist nicht so gut. Wenn die dann plötzlich gefangen sind hier unten. Lapis Lazuli. Das brauchen wir ja in 1.17 recht wenig. So. Wo ist jetzt diese Höhle? Noch ein bisschen. Ab dort ist es dunkel, also nicht genau bei uns in der Höhe. Da drüben ist irgendwo... Ja. Da geht die Höhle auch weiter. So. Hier haben wir alles Eisen. Das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Da haben wir überall Lava. Mache ich das mal zu Obsidian. Ja, ich glaube... Ja, aber es ist ein bisschen überfordert gerade hier unten. Komischerweise. Aber oben bei den vielen Blumen und so ist es nicht überfordert wie Wasser. Weil das Wasser nicht abfließt. Wir haben doch Eisen. Ja, da machen wir ein Crafting Table und machen wir eine neue Spitzhocke. Ja, das ist gut. Ich werde wahrscheinlich den Backpack noch reintun, weil wir brauchen schon Backpacks. Das ist das Schlimm, wie schnell unser Inventar fehlt. Können wir gleich mal schauen. Ähm. Back. Ja, er ist sogar drin. Wie macht man die mit Leder? Dann machen wir das nächste Mal auch ein Backpack. Sehr schön. Einfach so für den Müll, den wir gerade nicht brauchen. So. Wie viel Platz haben wir? Ich brauche mal einen Mülleimer. Da, 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 da. So. Was haben wir hier? Ist das ein neuer Busch? Nein, das ist Aluminium. Och, Alkyum. Können wir nicht abbauen. Harvest Level Kobalt. Nun gut. Kobalt haben wir noch nie jenes gefunden. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie anders kriegen. Ähm. Da oben haben wir noch Kohle. Ja, da müssen wir eine Spitzhocke machen. Ich mache sie mal kaputt. So. Dann. Crafting Table. Nein. Da unten. Ähm. Zwei Spitzhocke oder so. Ich mache mal gleich drei. Und wir müssen jetzt Diamanten suchen. Und finden. Das ist Zinnberry. Die können wir aber schlecht abfarmen. So können wir sie abfarmen. Die Erfahrung nehme ich natürlich mit. So. Ähm. Ja, die Erfahrung nehme ich natürlich mit. So. 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 Ich brauche nur die Berries. Die Berries. Das sind mehr. Das sind mehr. Zehn haben wir abgebaut. Das ist recht viel Zinn da unten. Sulfur brauchen wir auch nicht. Da haben wir noch Gold. 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 Ähm. Ja. Mushroom. Hm. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Zum Strip. Hier ist hier auch nichts mehr, oder? Hm. Okay, dann mache ich mal den nächsten Part, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!